Willkommen zu einem neuen kurzen Video Wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich schon bald die 400 Abonnenten erreicht Ja, man geht jetzt nicht um die Nennten Um die Nennten, um die Abonnenten Denn ich bin ja nicht Abonnenten, doch ich bin Ambogei, bitte abonnieren Und wenn ich mich nicht abonniert, dann laufe ich amok Nein, nein, ein Scherz Da habe ich bald die 400 Abonnenten Da wird aber kein Spezial-Special kommen, denn da ist Scheiße für Scheiße, Bann und ja Ich denke mal, die werden die Tage kommen, die 400 Abonnenten Aber ich werde was Besseres machen Also ich finde es zumindest besser für einige von euch Ihr könnt mir Fragen stellen Das ist wirklich jetzt egal, ich muss nicht direkt auf Shakespeare beziehen Das kann ich auf meinen Real Love beziehen Welche Schule gehe ich, wie alt bin ich, wie heiß ich meinen Nachnamen Die Fragen, die auf der Seele brennt, natürlich auch Keine Ahnung, was für Videos noch kommen Und was es halt ist Also das eigentliche, was ihr machen müsst Die Fragen müssen über YouTube kommen Der Betreff muss sein, meine Frage an dich Weil sonst beantworte ich nicht, weil ich habe keine Lust, mir da jede Frage rauszupicken Und ich weiß nicht, ob es eine Frage zu irgendeinem Video ist Oder generell eine Frage zu diesen 400 Abonnenten Also betreff meine Frage an dich Und dann werde ich ein Video machen, sobald ich die 400 Abonnenten habe Und werde dann alle Fragen beantworten Und ja, ich hoffe mal, da kommen einige Fragen rum Wenn sich Fragen doppeln, dann werde ich nur eine beantworten Natürlich werden die wieder alle live beantwortet Und ja, das war's Das war's eigentlich Ja, wir sehen uns im nächsten Video Ciao